Hallo Leute, herzlich willkommen auf Single-Health Stunogaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Pro-Blog. Und zwar auf Emergency Hamburg und heute werden wir Feuerwehreinsatzleiter werden. Das ist von dem Eis-Typ 666 gewünscht worden, denn ich habe länger mal kein Video hierüber gemacht. Dann habe ich mal gefragt, im Stream, also im Stream hat er mir das vorgeschlagen, dass ich doch mal das machen soll. Ja und ich sehe gerade, dass da einer ist, deswegen muss ich mal kurz den Server wechseln, weil ich will einen Server haben, wo keiner Feuerwehr ist. Genau. So Leute, ich habe jetzt hier jemanden gefunden, also einen Server gefunden, wo aktuell keiner im Feuerwehrteam ist. Mal sehen, wie lange. So, auf jeden Fall ist das von dem Eis-Typ-666 vorgeschlagen worden. Ihr könnt ihn auch gerne mal auf TikTok abschicken, der heißt dort auch Eis-Typ-666, also der heißt überall Eis-Typ-666. Können wir gerne mal abschicken, genau. Dann fangen wir jetzt mal ganz schnell auf Hochtouren zur Feuerwehr, denn man muss schnell da sein. So. Achso, genau, ich habe auch gesteept am letzten Samstag. Genau, das wollte ich sagen. Mehr wollte ich auch nicht sagen, genau. Hallo, gib Gas. Geben Sie Stoff. Ihr knallt es gerade. Ich weiß gerade nicht, warum dieses Spiel laggt. Das kann ich gerade nicht beantworten. Aua. Hey. Nicht raus hier. So, ich habe nämlich mal off-screen hier diesen Einsatzleitungs-Dingens freigeschaltet. Und ich würde sagen, das machen wir doch mal direkt hier. Ist da auch irgendjemand wieder... Also jetzt ist hier schon wieder irgendjemand, aber egal. So. Ich muss hier mal kurz die Qualität von der Kamera-Dings hier runter machen. Da brauchen wir nicht hinfahren, weil es ist tatsächlich kein Mediziner-Notfall für mich. So. Okay. Atemschutzeinsatzleiterweste. Akku, die sieht man nicht so, weil... Ich habe hier einen Rucksack. Kann man eigentlich dieses Roteal machen? Ich glaube nicht, ne? Licht anmach? Nö. Okay, jetzt ist direkt ein Feuer ausgebrochen. Geil. Geil, geil, geil. So, wo ist denn hier ein Feuer? Feuerwehr Hamburg. Ja, ist geil, dass das da drauf stehe. So. Ey, die Ziräne... Oder das Martinshorn, auch genannt so. Dann habe ich eigentlich Caps Lock an. So. Zack, zack, zack. So. Bam. Wir sind da. Äh, hier. Feuer. Löschchen. Let's go. So, Leute. Und, wie war euer Tag heute so? Ja, gerne mal in den Kommentaren schreiben. Würde mich auf jeden Fall freuen und natürlich auch kostenlos supporten. So. Ist ja auch auf jeden Fall... Also hier ist irgendwas schon wieder passiert, ey. Was für ein Arbeitstag schon wieder. Kollege, bist du ein krimineller Dude? Interessant, dass man den Kriminellen auch als Feuerwehr sehen kann. Also als Polizist ist es verständlicher, aber als Feuerwehr? Weiß ich ja jetzt nicht. Aber wir legen die Fahrzeuge hier auch um, sehe ich gerade. Aber egal. Leute, wir lassen uns davon nicht zu irren. So, wir sind ja nicht das Fahrzeug. Wenn ihr schon einmal hier hinten sind... Kann ich doch hier auch mal kurz länger. Ich weiß nicht, dass die Tür brennt. Weil ich finde es geil, dass sie es auf jeden Fall so gemacht haben, dass es wirklich nur am Fenster und sowas brennt, ne? Also, auf jeden Fall geil. So. Wir wollen natürlich irgendwann alle Autos haben. In Feuerwehr. Ja, also ich habe aktuell alle Autos in Bus-Unternehmen und in LKW. Und ich will jetzt natürlich noch bei ADAC, bei Feuerwehr und die Polizei halt noch dort haben. Polizei ist halt nur Kacke, weil es da irgendwie nicht so richtig was gibt zum Festnehmen und sowas. Genau. So. Ich glaube, ich muss niesen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Das wäre nämlich Kacke. So, löschen. Da oben noch einmal löschen. So. Ich glaube, ich muss jetzt hier alles gelöscht sein, oder? Machen wir mal eine kleine Inspektion. Inspektion? Sag man das so? Ich glaube schon. Ja, ist alles gelöscht. Geil. Fahren wir jetzt hier erstmal wieder zur Feuerware zurück. So. 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 Hier ist der Fahrzeughändler ist auch wieder hier am Start. Nichts los heute in Hamburg, muss ich sagen. Aber. So. Nicht schlimm. Ist die Ampel da auch noch rot, ey? Ach ja, die Ampeln. Die Ampeln, die sind natürlich sehr geil, auf jeden Fall. So. Es ist grün. Let's go. Ich muss mal kurz hier tatsächlich einfach nur kurz gucken. Okay. Zwei sind bei der Feuerwehr und der eine ist, dass ich nur Notarzt. Okay. So. Alles klar. So. Bremsen wir hier erstmal so. Werden sie grün, Ampel. Gerade, dass es keine Innenperspektive gibt. Vielleicht kommt es ja irgendwann noch. Wäre auf jeden Fall geil. Aber dann müssen wir dann halt auch so anpassen, wie da wie... Also für den Charakter anfassen. So. Herzhaft jetzt. Ich wollte gerade einparken, jetzt ist hier wieder ein Einsatz passiert. Geil. So. Let's go, let's go. Die Tankstelle überrennt. Ganz Neues. Berrennt auch jeden Tag gefühlt. Ist auch ein Polizist, ist er hier drin oder was? Ich hoffe nicht. Also. Time, time, time. Ja. Das Feuer ist ausgebrochen. Hallo. Jetzt. So. Okay, das hier sind wir gar nicht die Gefühle zu tun oder sowas in der Art. So. So. Bitte räumen Sie das Gebäude. Ein Feuer ist ausgebrochen. So, das letzte. Perfekt. So. Tanken müssen wir nicht. Gut, fahren wir weiter. Jetzt parken wir aber mal ein. So. Okay. Zack. Mal hier in die 1. Einpacken müssen wir noch lernen, tatsächlich ein bisschen. So. Okay. Dann warten wir mal auf den nächsten Einsatz, würde ich sagen. Leute, es ist ein Einsatz. Wir müssen schnell, es blinkt. Schnell, 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 schnell. So. Wir sind da. Let's go. So. Okay, los geht's. Ja. Gucken, was es heute für ein Einsatz ist. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Warte mal. Warte mal, wir können hier kurz. Ich dachte, das wäre hier nicht. So. Okay. So, hier. Zack, zack. Wir löschen jetzt hier mal kurz das andere da. So. Mal den Baum hier löschen. Zack. So. Ich fange hier einmal das Fenster. Batz. Ach du Kacke, ey. Was ist denn hier schon wieder passiert? Zum Glück sind da keine mehr drin. In der Kirche hier. Zack. So. Okay. Jetzt lagen wir hier nochmal kurz einmal rum. Denn hier brennt's auch. Ja, schon wieder fast 200 XP, ey. Sag mal. So. Ich glaube jetzt. Ne, da brennt's noch. Ah, hier brennt's noch. So. Hier noch auch. Hier auch einmal löschen. So. Ich glaube jetzt haben wir alles, oder? Ja. Perfekt. So, das war heute auch mal interessanter Arbeitstag. Wir haben mittlerweile schon... Ja, 22 Uhr. Das war heute ein guter Arbeitstag. Nach würde ich sagen. So. Jetzt fahren wir einmal rückwärts raus. So. Zack. Zack. So. So. Arbeitstag ist heute beendet. Zack. Zack. So. So. Packen wir nochmal rückwärts hier rein. So. Zack. Notarzt ist wieder hier am Start. So. Damit ist der Arbeitstag für heute auch durch. Die Schicht beenden. So. Hangen wir unser Auto hier nochmal kurz in unsere... in unserem Parkhaus. So. So. Okay, Leute. Ich würde sagen. Das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne mal ein Liken, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server frei. Ähm. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiv die Leute, damit die keine Videobeschreibung haben. Mehr verfasst haben. Haut rein, Leute. Euer Sandu. Tschö. Jahn. I充. Scheiss. Alles. Alles. Nichts. Tö. Die, die.